1965 ist sie zur Miss Universe gewählt worden. Seitdem hat die Thailänderin Apasra Hongsakula sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch die Schönheitskönigin von damals macht auch heute wieder Schlagzeilen. Denn die heute 67-Jährige scheint in den vergangenen 50 Jahren kaum gealtert zu sein. Doch wie ist es möglich, dass eine fast 70-jährige Frau so jung aussieht? Erst vor wenigen Tagen hat ihr Manager geschworen, dass Hongsakula nicht mit Schönheitsoperationen getrickst hat. Die einzige Veränderung habe die ehemalige Miss Universe an ihren Haaren vorgenommen. Diese trage sie heute glatt und nicht mehr lockig. Beneidenswert, wenn es denn wirklich stimmt.